Nachdem wir jetzt einige Beispiele von Markov-Ketten kennengelernt haben, soll es jetzt um die Frage gehen, ob Markov-Ketten selber auch die Markov-Eigenschaft besitzen. Sie sehen, was ist das kleine Problem dabei? Wenn ich nochmal zur Definition von der Markov-Kette zurückgehe, Sie sehen, hier auf der Seite taucht die stochastische Matrix auf. Wir wissen also, dass diese bedingte Wahrscheinlichkeit gegeben ist durch diese stochastische Matrix. Was wir aber a priori nicht wissen ist, ob auch die bedingte Wahrscheinlichkeit von dem Ereignis, dass xn plus 1 gleich x, klein xn plus 1 ist, gegeben, xn, also dass der Prozess zum Zeitpunkt n im Punkt xn ist, auch diesem Wert dieser stochastischen Matrix entspricht. Das ist offen und dem wollen wir jetzt nachgeben. Und dazu den folgenden Satz, also sei xn eine Folge von E-wertigen Zufallsvariablen auf unserem Wahrscheinlichkeitsraum Omega fp, µ sei eine Verteilung auf E und p eine stochastische Matrix. Und dann gilt das folgende, also xn ist genau dann eine µp-Markov-Kette, wenn das folgende gilt, nämlich wenn für alle n in n0 und alle Punkte x0 bis xn in E gilt, dass die Wahrscheinlichkeit von diesem Ereignis den Prozess zu den Zeitpunkten 0 bis n in den Punkten x0 bis xn zu finden, gegeben ist durch das folgende Produkt, nämlich den Wert der Verteilung µ an der Stelle x0 mal diesen Produkt der Übergangswahrscheinlichkeiten px0x1 bis pxn-1xn. Und die zweite Aussage von diesem Satz ist, dass im Falle, dass xn eine µp-Markov-Kette ist, dass auch die Wahrscheinlichkeit, dass xn plus 1 gleich y gegeben xn gleich x, gegeben ist durch diesen Wert der stochastischen Matrix an der Stelle x und y. Und das gilt für alle Zeitpunkte n in N0, für alle x, y aus E, mit dieser zusätzlichen Eigenschaft, dass die Wahrscheinlichkeit von dem Ereignis, dass der Prozess zum Zeitpunkt n im Punkt x ist, nicht verschwindet. Und Sie sehen, dieser letzte Punkt beantwortet genau unsere Frage, nämlich aufgrund dieser Tatsache wissen wir, dass jede µp-Markov-Kette auch ein stochastischer Prozess ist, der der zeithomogenen Markov-Eigenschaft bietet. Was ja auch so sein sollte, weil sonst wäre es irgendwie ein komischer Begriff. Schauen wir uns den Beweis einmal im Detail an. Also wir gucken uns erstmal den ersten Punkt an. Hier sind ja zwei Richtungen zu zeigen, nämlich, dass für jede µp-Markov-Kette diese Aussage gilt und umgekehrt, dass die Gültigkeit dieser Aussage für jedes n impliziert, dass wir eine µp-Markov-Kette vorliegen haben. Gucken wir uns erst die Rückrichtung an. Das heißt, ich fixiere mir ein n in n0, ich fixiere mir Punkte x0 bis xn plus 1 in e und ich fordere von den ersten n plus 1 Punkten, dass die Wahrscheinlichkeit von dem Ereignis, wo der Prozess sich befindet, zu den Zeitpunkten 0 bis n gegeben ist durch diese Punkte x0 bis xn und dass die Wahrscheinlichkeit von diesem Ereignis halt nicht verschwindet. Und dann ist erstmal diese bedingte Wahrscheinlichkeit hier wohl definiert. Und jetzt kann ich die Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit ausnutzen. Ich kann das sozusagen ausschreiben und das ist ja nichts weiter als die Wahrscheinlichkeit von diesem Durchschnitt der ersten n plus 2 Ereignisse geteilt durch diese Wahrscheinlichkeit des Ereignis, dass der Prozess zu den Zeitpunkten 0 bis n sich in den Punkten x0 bis xn befindet. Und jetzt können wir natürlich die Voraussetzung ins Spiel bringen, die nämlich sagt, wir wissen, was der Ausdruck von dieser Wahrscheinlichkeit ist. Und den können wir natürlich jetzt im Zähler und im Nenner einsetzen. Und Sie sehen, es kürzt sich hier fast alles heraus, bis auf diesen einen Faktor, der übrig bleibt. Was wir jetzt hiermit nachgewiesen haben, war die erste Eigenschaft, die erste definierende Eigenschaft von einer µp-Markov-Kette. Auf der anderen Seite ist natürlich sofort klar, dass für n gleich 0 die Verteilung von dieser Zufallsvariable x0 nach Voraussetzung gegeben ist, durch diese Verteilung nü, die ich vorgegeben habe. Damit haben wir uns jetzt überzeugt, dass, wenn ein Prozess dieser Eigenschaft genügt, wir eine µp-Markov-Kette vorliegen haben. Jetzt geht es sozusagen um die umgekehrte Aussage, nämlich wir starten jetzt von einer µp-Markov-Kette und wollen nachweisen, dass diese Beziehung gilt. Und das geschieht natürlich durch vollständige Induktion. Gucken wir uns den Induktionsanfang an, also für n gleich 0. Wir wissen wir natürlich aus der Tatsache, dass wir eine µp-Markov-Kette vorliegen haben, dass die Verteilung von x0 gerade gegeben ist durch µ. Das war die zweite definierende Eigenschaft von einer Markov-Kette. Für n gleich 1 wissen wir auch, dass wenn ich mir die Wahrscheinlichkeit von dem Ereignis angucke, dass der Prozess zum Zeitpunkt 0 im Punkt x0 ist und dem Ereignis, dass der Prozess zum Zeitpunkt 1 in dem Punkt x1 ist, das kann ich natürlich auch ausdrücken durch das folgende Produkt. Und das gilt halt nur im Falle von der Tatsache, oder wenn ich sicherstellen kann, dass die Wahrscheinlichkeit von dem Ereignis, dass x0 in x0 ist, nicht verschwindet. Wenn es verschwindet, sind beide Seiten einfach 0, weil wenn das 0 ist, weiß ich natürlich auch, dass das Ereignis 0 ist, weil das natürlich eine Teilmenge von diesem Ereignis ist. Also gucken wir uns diese, also ohne Beschränkung der Allgemeinheit, nehmen wir mal an, dass diese Wahrscheinlichkeit nicht verschwindet. Dann kann ich jetzt einfach diese Wahrscheinlichkeit hier mit dieser Wahrscheinlichkeit multiplizieren und durchteilen. Wenn ich diesen Ausdruck durch diesen Ausdruck teile, erhalte ich genau diese bedingte Wahrscheinlichkeit. Und jetzt kann ich die ersten, die beiden definierenden Eigenschaften einer Markov-Kette ins Spiel bringen, die nämlich besagen, dass die Verteilung von x0 nach Definition nichts weiter ist als diese Verteilung µ und dass die Wahrscheinlichkeit, den Prozess zum Zeitpunkt 1 im Punkt x1 zu finden, gegeben, dass der Prozess zum Zeitpunkt 0 in x0 war, gerade gegeben ist durch dieses Element der stochastischen Matrix P an der Stelle x0, x1. Das heißt, den Induktionsanfang hätten wir damit sichergestellt. Jetzt wollen wir uns vom Induktionsschritt von n nach n plus 1 von der Gültigkeit überzeugen. Und jetzt können wir wiederum, also was wir betrachten, ist genau die Wahrscheinlichkeit von diesem Durchschnitt, dieser n plus 2 Ereignisse. Wir können wieder annehmen, ohne Beschränkung der Allgemeinheit, dass diese Wahrscheinlichkeit positiv ist, weil andernfalls sind diese beiden Ausdrücke hier, beide Seiten wieder 0. Und wenn ich jetzt sozusagen diese Wahrscheinlichkeit hier wieder multipliziere und durch Teile, durch diese Wahrscheinlichkeit, kann ich natürlich diesen Ausdruck auch wieder umschreiben als diese bedingte Wahrscheinlichkeit. Und jetzt kann ich im ersten Schritt natürlich die Induktionsvoraussetzungen ins Spiel bringen, die mir erlaubt, die Wahrscheinlichkeit von dem Ereignis, dass der Prozess zu den Zeitpunkten 0 bis n sich in den Punkten x0 bis xn befindet, sich gerade ausdrücken lässt als dieses Produkt aus der Startverteilung an dem Punkt x0 mal den Komponenten der stochastischen Matrix an den Punkten x0, x1 und so weiter bis zum Punkten xn minus 1, xn. Und jetzt hier im letzten Schritt kann ich natürlich wieder die erste definierende Eigenschaft von einem Markov-Prozess ins Spiel bringen, oder von einer Markov-Kette ins Spiel bringen, die ja gerade sagt, dass diese bedingte Wahrscheinlichkeit nichts weiter ist als der Wert der stochastischen Matrix an der Stelle xn und xn plus 1. Und damit habe ich jetzt nachgewiesen, dass diese Aussage, die wir hier zeigen wollten, für alle n gilt. Jetzt geht es noch um den zweiten Punkt. Im zweiten Punkt wollte ich diese Wahrscheinlichkeit explizit berechnen. Hierzu verziehe ich natürlich erstmal ein n in n0, ich fixiere mir zwei Punkte x und y aus e und ich nehme an, dass die Wahrscheinlichkeit, dass xn gleich x ist, positiv ist. Jetzt möchte ich, also erstmal kann ich das jetzt hier in die Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit ausschreiben, die mir sagt, dass es nichts weiter als die Wahrscheinlichkeit von dem Ereignis, dass der Prozess zum Zeitpunkt n in x ist und zum Zeitpunkt n plus 1 in y ist, geteilt durch die Wahrscheinlichkeit, dass der Prozess zum Zeitpunkt n in x ist. Das ist sozusagen hier etwas komplizierter geschrieben, weil ich noch hinzugefügt habe, das Ereignis, dass der Prozess x zum Zeitpunkt 0 irgendwo im Zustandsraum ist, bis zu diesem Ereignis, dass der Prozess zum Zeitpunkt n minus 1 irgendwo im Zustandsraum ist. Das sind natürlich keine Einschränkungen, weil das sozusagen immer der ganze Raum Omega ist, was hier steht, weil unser Prozess ja oben vor ist. Also daher kommt diese Gleichheit zustande. Was ich jetzt natürlich machen kann, jetzt kann ich den ersten Punkt von diesem Satz benutzen. Wir wissen ja, wir haben eine µp-Markov-Kette vorliegen. Ich kann jetzt also sozusagen diese Wahrscheinlichkeit auch ausdrücken mit dieser rechten Seite. Und das möchte ich tun. Was ich jetzt erstmal beobachte, ist, ich kann das hier, diese x0 in e, mithilfe von der Sigma-Additivität, auch schreiben, als die Summe über alle x0 bis xn-1 in e, von dem Ereignis oder von der Wahrscheinlichkeit, dass der Prozess zum Zeitpunkt 0 in x0 ist, bis zum Zeitpunkt, dass er zum Zeitpunkt xn-1 im kleinen Punkt xn-1 ist, dass er zum Zeitpunkt n in kleinen x ist und zum Zeitpunkt n plus 1 in y ist. Und jetzt kann ich natürlich diesen Ausdruck, den wir jetzt soeben bewiesen haben, einsetzen. Das kann ich im Zähler und im Nenner tun. Und was ich jetzt, wenn ich genau hingucke, hiermit erreicht habe, ist, diesen Ausdruck, der hier übrig bleibt, dieser letzte Faktor, hängt gar nicht von den Summationsvariablen ab. Sprich, ich kann den hier auch aus der Summe hier rausziehen. Und dann sehe ich, steht im Nenner und im Zähler genau das Gleiche. Das kürzt sich also komplett raus. Es bleibt nur übrig genau dieser Wert, pxy. Und damit haben wir genau das gezeigt, was wir zeigen wollten, nämlich dass auch diese bedingte Wahrscheinlichkeit gerade durch den Wert der stochastischen Matrix an der Stelle x und y gegeben ist. Hier eine kleine weitere Anwendung aus genau diesem letzten Satz. Wenn ich mir vorgebe, eine µp Markov-Kette, die ich wieder mit x bezeichnen will, auf meinem Zustandsraum e, dann kann ich natürlich auch einen Ausdruck finden für die Wahrscheinlichkeit, den Prozess zum Zeitpunkt n im Punkt x zu finden. Das ist analog, wie zum letzten Beweis, nichts weiter als die Summe über alle x0 bis xn-1 in e von dem Produkt, das µ von x0 mal p von x0 x1 bis p von xn-1x. Und Sie sehen, wenn Sie jetzt hier das umschreiben mithilfe von dem Matrixprodukt oder Matrixvektorprodukt, das ist nichts weiter als µ mal p hoch n, ausgewertet an der Stelle x. Was man hier jetzt dazu sagen müsste oder sollte, ist das Folgende. Diese Wahrscheinlichkeitsverteilung möchte ich immer interpretieren als einen Zeilenvektor. Dann stimmt das Ganze auch mit der Dimension. Dann habe ich hier einen Zeilenvektor mal die entsprechende Matrix. Das gibt mir wieder einen Zeilenvektor und den werte ich jetzt an der Stelle x aus. Und wie man das hier noch interpretieren kann, ist, das Ganze ist nichts weiter als eine neue Wahrscheinlichkeitsverteilung auf unserem Raum e. Warum? Na ja, wenn ich über alle x summiere, dann kommt ja gerade aufgrund dieser Tatsache hier, aufgrund dieser Gleichung, 1 aus. Das heißt, ich habe hiermit auch eine Art neues Wahrscheinlichkeitsmaß für jedes n mir definiert. Hier möchte ich noch einen kleinen Spezialfall betrachten, nämlich für alle m und n aus n0 und alle Punkte x, y aus e mit dieser Eigenschaft, dass die Wahrscheinlichkeit von dem Ereignis, dass der Prozess zum Zeitpunkt m sich im Punkt x befindet, nicht verschwindet, dann gilt, dass die Wahrscheinlichkeit oder die bedingte Wahrscheinlichkeit von dem Ereignis, dass sich der Prozess zum Zeitpunkt m plus n im Punkt y befindet, gegeben, dass er zum Zeitpunkt m im Punkt x war, das ist nichts weiter als die xy-Komponente der Matrix p hoch n. Und diese Komponenten der Matrix p hoch n möchte ich hier auch bezeichnen mit p unten, also Index n xy. Den Beweis dieser Aussage möchte ich Ihnen als Übungsaufgabe überlassen, weil Sie sozusagen dadurch die Möglichkeit haben, das, was Sie hier kennengelernt haben, anzuwenden. Ich möchte Ihnen allerdings ein kleines Beispiel diesbezüglich zeigen. Und das machen wir mal in dem ganz einfachsten Setting. Also ich nehme mir wieder her, unseren Raum E, der nur aus zwei Elementen besteht, und den möchte ich wieder mit 1 und 2 bezeichnen. Ich betrachte wiederum diese stochastische Matrix p mit den Einträgen 1-Alpha-Alpha-Beta-1-Beta, wobei Alpha und Beta wieder reelle Zahlen aus dem Intervall 0,1 sind. Und was ich jetzt berechnen möchte, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Prozess zum Zeitpunkt n sich in Punkt 1 befindet, wenn er zum Zeitpunkt 0 in Punkt 1 gestartet war. Und aufgrund dieses Satzes 1,8 wissen wir natürlich, das ist nichts weiter als die 1,1-Komponente dieses n-fachen Matrixproduktes. Und jetzt gilt es sozusagen, dieses n-fache Matrixprodukt zu berechnen. Und das möchte ich hier Ihnen mal exemplarisch vormachen, wie man wie ein möglicher Lösungsweg funktionieren könnte. Also um diese Komponente p, n, 1, 1 zu bestimmen, kann ich natürlich ausnutzen, dass ich dieses n-fache Matrixprodukt natürlich auch schreiben kann, als das n-erste Matrixprodukt mal diese Matrix p und dann ausgewertet in diesem Punkt 1,1. Und jetzt kann ich hier natürlich einfach die Rechenregel von dem Matrix-Matrixprodukt anwenden. Das ist ja natürlich nichts weiter als p n-1, 1, 1 mal diese Komponente, 1-alpha, plus die Matrixkomponente p n-1, 1, 2 mal diese Komponente beta. Jetzt wissen wir aber, dass diese Matrix p hoch n-1 auch wieder eine stochastische Matrix ist. Das heißt, nichts weiter als das p n-1, 1, 1, plus p-n, 1, 2 gerade gleich 1 ist. Mit anderen Worten, ich kann auch diesen Ausdruck hier, also p n-1, 1, 2, ersetzen durch 1 minus p n-1, 1, 1. Und jetzt möchte ich das einfach nur noch auflösen nach p n-1, 1, 1, nach diesem Element und erhalte den folgenden Ausdruck. Sie sehen, was wir jetzt hier gewonnen haben, ist eine Rekursionsgleichung. Jetzt gilt es sozusagen, diese Rekursionsgleichung zu lösen. Und wir wissen noch was. Wir wissen nämlich, dass p hoch 0, das ist sozusagen nichts weiter als die Identitätsmatrix, die ist ja gerade 1. Was gerade dem Fall entspricht, dass wir hier sagen, zum Zeitpunkt 0 starten wir in Punkt 1. Das heißt, jetzt habe ich alle Ingredien zusammen, um diese Rekursionsgleichung zu lösen. Und das Ergebnis ist das folgende, nämlich p n-1, 1, 1, lässt sich darstellen wie folgt, als Beta geteilt durch Alpha plus Beta plus Alpha geteilt durch Alpha plus Beta mal 1 minus Alpha minus Beta hoch n. Und das gilt im Falle, dass Alpha plus Beta positiv ist. Oder das Ganze ist halt 1, im Falle, dass Alpha plus Beta gerade gleich 0 sind. Sie sehen, diese Formel lässt sich leicht beweisen, wieder mit Hilfe von vollständiger Induktion. Was sehen Sie jetzt hier da dran? Sie sehen daran das Folgende, nämlich, dass für n gegen unendlich das Ganze konvergiert, genau gegen diesen Ausdruck. Und Sie sehen noch mehr, Sie sehen auch, dass die Konvergenzgeschwindigkeit exponentiell schnell ist. Das sind die zwei Beobachtungen. Kommen wir abschließend noch zu einer weiteren Anwendung von diesem Satz. Nämlich, dass das folgen, die folgende kleine Aufgabe. Gegeben sei eine stochastische Matrix Xn, das ist seine µP Markov-Kette. Auf unserem, also, nein, das sei ein stochastischer Prozess und es sei eine µP Markov-Kette, wobei µ wieder eine Wahrscheinlichkeitsverteilung auf E ist, die vorgegeben ist und P eine stochastische Matrix ist, die vorgegeben ist. Und weiterhin gebe ich mir vor, eine Folge von unbeschränkten, monoton wachsenden Elementen. Das heißt, Rn ist monoton wachsend und unbeschränkt. Und jetzt definiere ich mir eine neue Folge, Yn, gerade dadurch, dass ich sage, das ist nichts weiter als X von Rn. Und ihre Aufgabe ist, nachzuweisen oder nachzurechnen, dass auch Yn wiederum eine Markov-Kette ist und anzugeben, was ist denn die Startverteilung und die Übergangsmatrix. Gut, ein kleines Korola zu dem folgenden Satz, also zu diesem Satz 1,8, ist das folgende, Nämlich, wenn ich mir eine Nü-P-Markov-Kette X vorgebe auf meinem Zustandsraum E und ich gebe mir vor zwei ganze Zahlen, also zwei Zahlen M und N aus N0, ein Punkt X aus E und eine Funktion F auf E mit Werten in R, die beschränkt ist, dann gilt es folgende, nämlich, dass der Erwartungswert von F von X M plus N gegeben, dass der Prozess zum Zeitpunkt M sich im Punkt X befindet, nichts weiter ist, als dieses Matrixvektorprodukt zwischen dieser stochastischen Matrix P hoch N und dieser Funktion F ausgewertet an der Stelle X und insbesondere gilt, dass der Erwartungswert von F von X N nichts weiter ist, als Nü mal P hoch N mal F Jetzt müssen wir kurz noch diskutieren, dass das von den Dimensionen her stimmt. Also Funktionen möchte ich im Gegensatz zu Verteilungen interpretieren als ein Spaltenvektor. Und in dem Fall macht dann hier dieses Matrixvektorprodukt auch Sinn. Also ich erhalte dadurch wieder einen Spaltenvektor und den werte ich in der X-ten Komponente aus. Und Sie sehen, es macht auch wunderbar Sinn, was wir hier geschrieben haben, nämlich Nü war ein Zeilenvektor, Pn ist diese Matrix, F ist ein Spaltenvektor. Sie erhalten hier aus diesem Vektormatrixvektorprodukt gerade wieder eine reelle Zahl, was wir auch erwarten. Und der Beweis hiervon ist relativ einfach, nämlich er beruht auf der folgenden Beobachtung, dass wenn ich diesen Erwartungswert von f von x m plus n gegeben, dass der Prozess zum Zeitpunkt m in dem Punkt x ist, das ist ja nichts weiter als die Summe über alle y aus e von der Funktion f von y multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit, dass sich der Prozess zum Zeitpunkt m plus n im Punkt y befindet, gegeben, dass er zum Zeitpunkt m im Punkt x war. Und jetzt sehen Sie, das Ganze ist ja aufgrund von diesem Satz 1,8 nichts weiter als dieses n-fache Matrixprodukt. Das heißt, wir können das hier einsetzen und erhalten genau hier die Aussage, die wir haben wollten. Und analog funktioniert das Ganze für diesen Erwartungswert von der Funktion zum Zeitpunkt oder an der Stelle x n. Auch dieses kann ich wieder umschreiben, als die Summe über alle x aus e f von x mal der Wahrscheinlichkeit, dass der Prozess sich zum Zeitpunkt n im Punkt x befindet. Und jetzt, wenn ich jetzt hier wieder zurückgehe und gucke, das war ja nichts weiter als gerade dieses Vektor-Matrix-Produkt ausgewertet an dieser Stelle x. Und wenn ich das einsetze, sehe ich, ich erhalte genau diesen Ausdruck, den ich gesucht habe. Das Einzige, was man hier sich noch im Vorfeld überlegen muss, ist nämlich, dass diese Reihen, die wir hier hingeschrieben haben, auch wohl definiert sind, das ist aber aufgrund folgender Tatsache gegeben, dass nämlich der Erwartungswert, zum Beispiel hier im zweiten Fall, von dem Betrag von f von x n endlich ist, aufgrund der Tatsache, dass ich hier einfach das Supremum-Norm rausziehen kann, von f, was ich hier übrig behalte, ist die 1, der Erwartungswert von 1 ist 1 und wir wissen nach Voraussetzung, dass dieses Supremum über alle x aus e von f von x endlich ist, da ja die Funktion f aus l und endlich e ist. Was haben wir jetzt hier erreicht? Wir haben sozusagen kennengelernt den Begriff der µ-P-Markov-Kette und wir haben gesehen, dass eine 1-zu-1-Beziehung steht zwischen einem zeithomogenen, also zwischen einem stochastischen Prozess, der der zeithomogenen Markov-Eigenschaft genügt und auf der anderen Seite haben wir ganz viele charakterisierende Eigenschaften von einer µ-P-Markov-Kette kennengelernt mit Hilfe der stochastischen Matrix. In der nächsten Vorlesung soll es darum gehen, diese Definition, diese Markov-Eigenschaft zu verallgemeinern in die Zukunft herein und eine Aussage darüber zu treffen, wie der Prozess in der Zukunft und in der Vergangenheit miteinander zusammenhängt. und eine Aussage diese Markov-Eigenschaft Die Markov-Eigenschaft verabschieden. Vielen Dank.